Zwei Wochen lang wurde im Promi Big Brother Container gelebt, geliebt und vor allem natürlich gestritten und gewetteifert. Am Montagabend wurde nun endlich die Siegerin gekürt. Wenig überraschend kann sich am Ende Leila Lahua, 28, gegen die Konkurrenz durchsetzen. Für sie haben die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer abgestimmt und angerufen. Jetzt darf sich die 28-Jährige neben ihrer frischen Verlobung also auch über die satte Gewinnsumme von 100.000 Euro und den ultimativen Promi Big Brother Titel freuen. Jochen Horst, 63, und Matze Höhn, 28, hatten sich zuvor ebenfalls in den Spielen und Zuschauer-Votings durchsetzen und Plätze im Finaltrio erkämpfen können. Gegen die Macht und Größe von Leilas Fanbase zogen sie dann aber trotz aller Sympathien den Kürzeren. Balku-Schauspieler Jochen geht aber immerhin als Zweitplatzierter aus der Show hervor. Richtig dramatisch wurde es bereits zu Beginn des Finales im Spiel um die letzten vier Plätze, direkt vor den kritischen Augen der ausgeschiedenen Teilnehmenden im Live-Studio. Dabei stellte sich neben Leila auch ausgerechnet ihr zukünftiger Gatte Mike Heiter, 32, am schlechtesten an, sodass die beiden zittern mussten. Die Wartezeit auf die Wots der Anrufer überbrückte die 28-Jährige mit lästern. Hab ich mir das eingebildet oder hat eine Person im Publikum die ganze Zeit versucht zu provozieren? Angesichts ihres dauerangepissten Gesichtsausdrucks liegt der Verdacht nahe, dass sie damit wohl Cecilia Azoro, 28, meinte. Dass Mike im direkten Duell dann weniger Wots als seine Verlobte bekam und gegen sie ausschied, nahm der 32-Jährige typisch sportlich. Sein Appell an die Zuschauer, alle für Leila anrufen. Die konnte sich im zweiten Spiel des Abends haarscharf gegen Matze durchsetzen und buchte somit das Final-Ticket. Und auch der 28-Jährige sicherte sich dank des Zuschauer-Votings einen Platz im finalen Trio, während Alida Kuras, 47, als viertplatzierte heimgeschickt wurde. Falls ihr das große Promi Big Brother Finale verpasst haben solltet, könnt ihr es auf Join im Stream nachgucken. Dort findet ihr auch die dazugehörige Late-Night-Show. Bis zum nächsten Mal.